Ein Unternehmen verkauft man nicht wie eine Immobilie. Auch wenn die Prozesse dir gleich erscheinen mögen, ist es tatsächlich so, dass es ganz, ganz krasse Unterscheidungen in der Unterstützung gibt, die du erhältst. Und man kann nicht einen Makler nehmen einfach, sondern man braucht für die Unterstützung einen Berater. Und das erfährst du in dem jetzigen Video. Deshalb bleib dran und schau dir das Ganze bis zum Schluss an. Hallo, mein Name ist Fabian Samzau. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Der Unternehmensberatung, die den Mittelstand berät in den Fragen Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf. Und wir zeigen Unternehmern mit unserem Zwei-Säulen-System, wie du dein Unternehmen erfolgreich entweder für die Nachfolge vorbereitest oder auch erfolgreich verkaufst. Ja, ich habe es in der Anfangssequenz schon gesagt. Für uns ist es ganz wichtig, da eine kleine Unterscheidung zu finden. Denn viele Unternehmer machen den Fehler, die denken, ja, ich habe ja schon mal eine Immobilie gekauft. Ich habe da einen Makler gehabt. Ich habe auch schon mal eine Immobilie gekauft. Ich habe vielleicht da auch einen Makler mit hinzugenommen. Und man muss es einfach so sehen und für sich sehen, es gibt einfach eklatante Unterschiede. Und die möchte ich tatsächlich ein bisschen herausstellen und möchte dich vor dem Fehler bewahren, einen klassischen Makler vielleicht nur zu nehmen, der auch unter Umständen entweder Erde verbrennt bei potenziellen Käufern oder vielleicht sogar sich gar nicht so auskennt, weil er das so ein bisschen, ich sage jetzt mal, halbgar macht. Es ist ganz klar zu unterscheiden, um das mal zu sagen. Ein Immobilienmakler, um die Punkte zu nennen, der sucht für dich nur einen Käufer, der macht sonst wirklich gar nichts, der macht vielleicht noch ein paar Bilder und stellt den Kontakt her, stellt dir eine Rechnung und das war's. Was macht jetzt ein M&A-Berater? Und da möchte ich auch einfach aufklären. Ein M&A-Berater ist tatsächlich, er berät dich tatsächlich, also er zeigt dir, was ist dein Unternehmen wert. Er hilft dir, den Unternehmenswert zu ermitteln vielleicht sogar. Er hilft dir, die richtigen, sage ich jetzt mal, Kernpunkte rauszuarbeiten. Er erstellt auch ein Exposé und er hilft dir auch wirklich vom Prozess der Verhandlung bis quasi auch zum Closing, also bis zum eigentlichen Verkauf und das macht alles ein Immobilienmakler nicht. Viele Kunden, die wir auch haben, die haben es schon mal probiert. Wir haben da auch mal tatsächlich einen Kunden da gehabt, der hat vorher eine Unternehmensberatung genutzt, sage ich jetzt mal. Die haben sich als Unternehmensberatung bezeichnet, waren aber wirklich nur Makler. Die haben den dann im horrenden fünfstelligen Betrag abgenommen, um ihn quasi auf ihrer Plattform zu listen und da einen Käufer zu finden. Das war in meinen Augen dann später auch ein Riesenfehler, das habe ich auch dem Kunden dann gesagt, habe auch gesagt, du bist ganz schön, ich sage jetzt mal nicht abgezockt, aber ganz schön in das Licht geführt worden, weil im Endeffekt haben die nur deine Unternehmensgröße genommen, ein paar Mitarbeiter dazu geschrieben und einen Kaufpreis, den sie Pi mal Daumen ermittelt hatten. Also wir kamen dann auf einen ganz anderen Kaufpreis und das waren wirklich nur Makler. Es gibt auch tatsächlich natürlich Immobilienmakler, die sind spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Ich betone aber wieder Immobilien. Die machen sich dann die Arbeit, die helfen da auch ein bisschen, aber auch die, können unter Umständen gar nicht dein Unternehmen bewerten. Weil auch was wir machen, wenn wir mit einem Kunden in eine Beratung gehen, wir helfen dem Kunden tatsächlich, was ist sein USP, also was macht seine Firma einzigartig. Welche Wertgegenstände hat er? Also nicht nur die reine Immobilie, sondern manchmal sind Patente, Marken, Know-how, Mitarbeiter, vielleicht wie du Mitarbeiter schulst, vielleicht wie du deine ganze Präsenz aufgebaut hast, vielleicht welche Kunden du hast. Es gibt nämlich zum Beispiel Firmen, die haben, ich sage jetzt mal exklusiv staatliche Kunden, die sehr, sehr gut bezahlen oder die haben exklusiv irgendwelche Großkonzerne, die sie beliefern. Und das sind natürlich auch USPs, die es rauszuarbeiten gilt und vielleicht die auch dementsprechend dann natürlich hervorzuheben. Dann ist es ganz oft so, dass Leute, die sich halt nur, die denken, ja, ich nehme jetzt einfach nur einen Makler oder ich nehme jetzt nur einen, ich sage jetzt mal M&Aler, der wirklich nur mir einen Käufer bringt, den Rest mache ich ja selber, dann spare ich Geld. Da ist tatsächlich falsch gedacht. Weil oft ist es so, dass natürlich die Unterstützung ganz, ganz wichtig ist, weil es gibt Fragen, gerade im Due Diligence Prozess, also im Prozess, wenn man schon in der Überprüfung der Daten ist, dass es so ist, dass Fragen gestellt werden, die du dann nach deinem besten Wissen und Gewissen natürlich beantwortest, die aber vielleicht dann einem potenziellen Käufer Ausschluss geben, um da dann ein bisschen den Preis wiederzudrücken. Da zum Beispiel machen wir das so, wenn wir Due Diligence Fragen bekommen, lassen wir denen den Kunden beantworten, die die Kunden beantworten und dann machen wir nochmal eine Kommentierung und passen das Ganze an. Weil manchmal verrät man dann vielleicht auch im Prozess Dinge, die zur Kaufpreisminderung führen können oder, und das ist ganz wichtig, die vielleicht auch dann zu Problemen führen können, weil entweder haftungsrechtliche Schritte dadurch erfolgen können oder ein Käufer springt sogar ab, weil du vielleicht Dinge einfach ganz anders beschrieben hast, wie es ist. Zum Beispiel, wie ist deine Kundenbeziehung? Deine Kundenbeziehungen sind gut, du hast einen festen Kundenstamm und dann schreibst du vielleicht rein, ja, mit einem Kunden, da verstehe ich mich am besten und da schließt dann vielleicht der potenzielle Käufer draus, ja, wenn das ein Kunde ist, der aber 40% macht und du dann weg bist, dann bricht mir vielleicht auch 40% von dem Geschäft weg und das sollte man dann entweder anders formulieren oder tatsächlich auch definitiv dann auch schon aufklären, warum das so ist, vielleicht weil man zusammen im Sportverein ist, vielleicht weil man einfach über Jahrzehnte lang gutes Verhältnis aufgebaut hat, aber er trotzdem die Produkte mag. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum wir auch immer sagen, ein Berater soll wirklich nicht nur einen reinen Käufer bringen, sondern er soll auch den Prozess begleiten und soll auch bei dem Prozess helfen und unter uns als Unternehmer, ich habe auch schon Firmen verkauft, ich habe 4MG kauft, du solltest da nicht am Geld sparen, weil ganz einfach, ein Fehler kann dich mehrere hunderttausend, sogar mehrere Millionen unter Umständen kosten, je nach Größe deiner Firma und das tut dir dann später weh, wenn du gesagt hast, ja, jetzt habe ich nur einen Makler beauftragt, der kriegt dann nur eine Profi und gut ist, aber der hat dir nicht geholfen, der hat dir nicht durch die, ich sage jetzt mal Unwägbarkeiten geholfen und deswegen empfehlen wir immer tatsächlich, einen Berater mit dazuzunehmen und vor allem auch, wenn man jetzt vergleicht, Steuerberater, Rechtsanwälte, das ist immer die Mischung, die es macht. Und vielleicht gibst du beim einen dann ein bisschen weniger aus, weil du gut vorbereitet warst und beim anderen dann ein bisschen mehr, aber in der Waage ist es überall dasselbe, weil eins musst du immer bedenken, sparst du vielleicht am Steuerberater und am M&A-Berater, hat der Rechtsanwalt später mehr Arbeit, weil er dich vielleicht in Haftungsfragen unterstützen muss. Wenn du in den nächsten zwei bis fünf Jahren überlegst, deine Firma zu verkaufen oder auch deine Nachfolge zu regeln, dann melde dich gerne bei uns unter www.otterconsult.de, blenden wir hier auch nochmal ein, dann kannst du mit mir oder mit einem von unseren Experten sprechen und wir machen für dich die perfekte Strategie fest, an der du ganz kostenlos, ganz unverbindlich sehen kannst, was vielleicht für dich die beste Alternative ist, also zum Beispiel ein Verkauf, zum Beispiel auch vielleicht eine Nachfolge, die du regeln kannst mit deinen Kindern, mit irgendwelchen Verwandten, vielleicht auch mit Mitarbeitern und dann können wir uns ein Bild darüber machen. Ich habe jetzt hier, damit du uns besser kennenlernen kannst und nochmal siehst, wie wirklich M&A-Beratung funktioniert, unseren Unternehmens- und Imagefilm reingeblendet und hier ein Video aus unserer YouTube-Mediathek, wo du tatsächlich einfach alles über das Thema M&A, Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge lernen kannst und da sind auch gerne mal Breaking News dabei, wo so ganz große Transaktionen von uns einfach im Markt kommentiert werden.